Es ist sicher auch für Fernando Bajon keine alltägliche Situation, dem Bundesinnenminister einmal persönlich die Hand zu schütteln. Zusammen bringt die beiden ein Ausbildungsprojekt der bayerischen Metall- und Elektroarbeitgeberverbände BIME, VBM und der VBW, das bei Scherdl in Markdredwitz vorgestellt wurde. Hier absolviert der 27-jährige Fernando Bajon gerade ein Praktikum nebst Deutschkurs, mit der Aussicht auf einen Ausbildungsplatz ab September. Und genau das ist Ziel des Projektes Career Bayern, das aufgrund des demografischen Wandels in Gegenden wie Wunsiedel ausländische Azubis anwerben will. Wir haben unseren Dienstleister, das Bildungswerk der bayerischen Wirtschaft, nach Spanien geschickt, dort zusammen mit den Arbeitsbehörden, aber auch zusammen mit den Schulen entsprechende Informationstage organisiert. Dann findet eine Aufnahme der Profile statt und dann am Ende ein Matching mit denjenigen angeboten, wie sie aus unseren Firmen gemeldet wurden. Laut Brossard fehlen allein der bayerischen Wirtschaft bis zum Jahr 2020 rund 230.000 Fachkräfte. Eine immense Zahl, die durch solche Projekte auch aus anderen europäischen Staaten zumindest etwas gepuffert werden soll. Für die Verantwortlichen ist es eine Gewinnsituation auf beiden Seiten, auch wenn der Azubi nach seiner Lehre wieder in sein Heimatland zurückkehrt. Neben Bajon absolvieren derzeit 30 junge Erwachsene aus Spanien ein Praktikum in 23 Unternehmen in den Landkreisen Cham und Wunsiedel. Sie alle hoffen auf eine berufliche Chance, genau wie die Landkreise hoffen, dass möglichst viele auch nach der Ausbildung hier in Oberfranken bleiben.